Ich bin sogar nur an diesem Touchpanel hier, nicht mehr an der Tür direkt. Sowas mag ich auch. Ah, kann ich nicht mal aufmachen, weil es nicht mir gehört anscheinend. Ich kann nur das Ding aufmachen, wo ich rausgekommen bin. Oder das liegt an der Tür, wir gucken mal. Nö. Ah, leuchtet sogar rot. Wie war das bei dem hier? Ja. Oh, heilige. Oh, alter, was zur Hölle. Oh, mein Gott. Okay. Oh, mein Herz. Scheiße. Oh, wollen die mich verarschen? Oh, nee. Oh. Meine Güte. Oh, Adrenalinspiegel ist jetzt auf jeden Fall enorm erhöht. Alles klar. Also, Leute.